Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Geschichtsfenster Kompakt. Mein Name ist André und heute geht es um Namen. Ich wurde tatsächlich von mehreren Leuten nach diesem Thema gefragt, sowohl in den YouTube-Kommentaren als auch auf meiner Facebook-Seite. Und deswegen dachte ich, ich mache einfach ein kurzes Video dazu. Vor allen Dingen kamen die Anfragen nicht nur aus dem historischen Interesse heraus, sondern auch aus dem Bereich Lab- und Rollenspiel für Charakternamen. Und ich dachte, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für angewandte Geschichte in solchen Hobbys. Die meiste Zeit des Mittelalters reden wir von einem Personennamen, von einem, heute würden wir sagen Vornamen, also eine Person hat einen Namen. So etwas wie ein Nachnamen gab es noch gar nicht verbreitet. Die Römer haben so ein System schon mal gehabt. Die hatten drei Namen, einen Vornamen, einen Namen ihres Geschlechtes und einen Beinamen zur Identifikation. Aber im Mittelalter fällt das quasi komplett weg, auch egal über welchen Stand. Wir reden eigentlich immer von einem Personennamen. Am Anfang sehr oft germanische Namen. Da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Erhard, Meginward, Bersthelm, Eberhard, Engelbert, Friedrich, Richbodo. Das sind zweigliedrige Namen. Sie bestehen mal aus zwei Teilen, die zusammengefügt werden. Und in Familien war es relativ häufig, dass der Sohn ein Namensglied des Vaters übernimmt und die Tochter eines ihrer Mutter. Also beispielsweise der Sohn eines Hildebrand wäre dann ein Hadubrand. Da haben wir eine Unmenge an Namen. Durch diese Zusammensetzung von Namensgliedern gibt es eine wahnsinnige Vielfalt an Namen. Die verschwindet im Lauf des Mittelalters allerdings immer mehr. Denn es kommen immer mehr biblische Namen dazu. Die Namen von Heiligen, die Namen von Aposteln und Evangelisten. Das führt dann dazu, dass es weniger Namen gibt. Und diese biblischen Namen werden auch als Kaisernamen sehr beliebt. Also die Kaiser hatten eben biblische Namen, die dann wiederum als Kaisernamen sehr verbreitet sind. Gerade in ihren Dynastien sind sie verbreitet, dass wir Heinrich so häufig haben. Oder Karl, das ist den entsprechenden Kaisern zuzuschreiben. Es gibt ein paar germanische Namen, die überleben durchaus eben wieder als Kaisernamen. Friedrich ist ein gutes Beispiel oder Eberhard. Das sind Namen, die sind uns noch geläufig. Wobei tatsächlich in den letzten Jahren heutzutage germanische Namen fast komplett verschwinden. Nachnamen kriegen wir zum einen beim Adel und beim Klerus. Da sind es fast immer Herkunftsbezeichnungen. Wir kennen dieses berühmte von, ich nehme mal das Beispiel hier, meine Herren von Münzenberg. Ich wohne ja direkt unterhalb der Burg Münzenberg. Ist so ein schönes Beispiel für eine Adelsfamilie von Münzenberg. Also da, wo sie herkommen. Die heißt allerdings nicht immer so. Diese Herkunftsbezeichnung wechselt durchaus häufiger. Die beginnen ganz ohne Nachnamen. Der erste ihres Geschlechts taucht auf als ein Willikus, ein Bauer, ein Meier, also ein Verwalter unter einem Salier-Kaiser. Und der bekommt sein erstes Lehen, seine erste Hufe geschenkt. Und damit beginnt er seinen Aufstieg zu einer ministerialen Familie, die schließlich im Adel ankommt. Und die nennen sich unterschiedlich. Also der erste Familienname, den wir finden, ist von Hagen. Das ist die heutige Dreierchenhain südlich von Frankfurt. Das Hain oder Hagen wird der Familienname. Nach einem neuen Wohnsitz nennen sie sich dann Hagen-Arnsberg. Das ist heute ein Kloster, war ihr Sitz. Und nachdem sie dann die Burg Münzenberg hier bauen, nennen sie sich eben von Münzenberg. Das heißt, sie haben überhaupt kein Problem damit, ihren Nachnamen anzupassen an den jeweiligen Wohnort. Werden dann auch in einer anderen Urkunde noch als von Dornbach bezeichnet, weil sie da eben auch ein Lehen hatten. Und dann eben als der dortige Adelige auftreten. Also diese Herkunftsbezeichnung ist tatsächlich noch eine Herkunftsbezeichnung und kein festgelegter Nachname. Das geschieht erst mit der Zeit. Und die ganzen heutigen Adelsgeschlechter haben irgendwann einfach diese Herkunftsbezeichnung zu einem Nachnamen gemacht. Der Vorname ist aber immer noch der entscheidende Teil. Das sehen wir zum Beispiel bei Königen. Könige werden mit dem Vornamen bezeichnet. Königin Elisabeth in England ist Königin Elisabeth, nicht Königin Windsor. Und auch bei Fürsten wird das gerne so gemacht. Bei Grafenfamilien lustigerweise ist der Nachname, das dann ein Graf Haber Castell. Aber bei höheren Adelsgeschlechter bleibt der Vorname tatsächlich noch der relevante Teil. Und so wurden ja auch meistens angesprochen. In Urkunden wäre eben Kuno von Münzenberg oft der Herr Kuno. Das ist die Art und Weise, wie man Menschen anspricht. Quasi im gesamten Mittelalter. Der Vorname bleibt tatsächlich der entscheidende Teil. Ist natürlich auch für das Live-Rollenspiel oder für das Tischrollenspiel interessant, einen Adeligen mit Vornamen anzusprechen. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber tatsächlich historische Realität. Ab dem 12. Jahrhundert finden wir dann auch außerhalb von Klerus und Adel zunehmend Nachnamen. Das liegt vor allen Dingen an der Urbanisierung. Wenn wir von Dörfern sprechen, das habe ich ja gerade in einem Video gemacht, das werde ich vielleicht nochmal oben verlinken, da haben wir relativ kleine soziale Gruppen. Da reicht der Vorname. Da hat man zum Vornamen vielleicht dann auch noch eine Zusatzbezeichnung. Der große Johann, der kleine Johann, der dicke Hans, der dünne Hans. Oder auch der ältere oder der jüngere. Aber wenn wir über größere soziale Gruppen, also Städte sprechen, dann reicht das irgendwann nicht mehr aus. Auch die Vernetzung ist da ein Problem. Je größer Verwaltungseinheiten werden, umso genauer müssen wir wissen, über wen wir eigentlich reden. Und dann werden auf einmal Nachnamen interessant. Und mittelalterliche Nachnamen, unsere heute übrigens ganz genauso, haben im Prinzip fünf große Quellen, aus denen sie schöpfen. Das erste ist die Berufsbezeichnung. Heutzutage die beliebtesten oder verbreitetsten Namen in Deutschland sind die ersten, ich glaube, 14 Plätze, sind alles Berufsbezeichnungen. Also da wird die Berufsbezeichnung Schneider, Müller, Meier, was wir so alles haben, wird der Nachname. Und das ist natürlich nicht der Beruf, den der Mensch tatsächlich ausführt, sondern das ist im Prinzip der Vorfahr, der diesen Beruf hatte, als Namen üblich wurden. Also da Berufe teilweise auch vererbt wurden, kann das identisch sein. Aber ein Peter Meier muss kein Dorfvorsteher sein und ein Hans Schneider muss kein Schneider sein. Die Namen werden festgeschrieben und wir kennen Beispiele, in denen tatsächlich ein Kannengießer auch ein Kannengießer ist, aber das ist tatsächlich überhaupt keine Notwendigkeit. Das ist die Herkunft der Namen. Dann nach Rufnamen, also der Name eines wichtigen Familienmitgliedes wird dann der Nachname der anderen. Wir haben ja heute so Namen wie Albert oder Peter oder Peters. Das ist im Prinzip ein ehemaliger Rufname, der dann ein Nachname wird. Ein Hans Peters ist der Nachfahr eines Peter, der eben zur Einführung der Nachnamen, als das üblich wurde, diesen Namen trug. Dann haben wir Namen nach Herkunft wieder, auch in den Städten. Da haben wir, wenn ich mal Frankfurt am Main nehme, die Patrizia-Familie zum Beispiel haben sehr gerne Herkunftsnamen, weil es auch sehr nah am Adel ist. Da haben wir dann eben eine Familie von Holzhausen, aus Burgholzhausen, nördlich von Frankfurt. Aber wir haben auch schöne Beispiele, wie das benutzt wird. Wir haben die Familie Dirmstein. Ihre Mitglieder hat eine wunderschöne Handschrift in Frankfurt verfasst und die sind ins Patriziat aufgestiegen. Und bevor sie Patrizia wurden, als Goldschmiede, waren es die Kistners. Also irgendwann wahrscheinlich von einem Schreiner her stammt. Und als sie ins Patriziat aufstiegen, wurden aus ihnen die von Dirmsteins. Teilweise auch Kistner von Dirmstein, aber da sehen wir sehr schön, wie der Name im Prinzip an den Stand angepasst wurde. Eine weitere Namensquelle ist nach der Wohnstätte. Da haben wir eben so Dinge in Frankfurt vom Rebstock. Das ist ein Teil oder ein Gebiet vor der Stadt. Wir haben auf der Heide, im Hof, zur Mühlen oder im bäuerlichen Bereich hinter Huber. Also der hat den Huf. Huber kommt von Hufe. Hinten. Oder in Südtirol kenne ich so Sachen noch. Da gibt es dann eben noch Ober- und Unterbauern und Ähnliches. Das finden wir da ganz häufig in den Namen. Und das sind eben Bezeichnungen, wo der Mensch geboren hat. Da wird eine Person dadurch identifiziert, wo der herkommt. Und das Letzte sind dann sogenannte Übernamen. Das sind Charaktereigenschaften oder äußerliche Eigenschaften, die zum Namen geworden sind. Klein, Grimm, aber auch tatsächlich so etwas wie Graf. Wenn wir heute Adelstil als Nachnamen haben, das stammt nicht daher, dass diese Person ein Adelstitel hatte ursprünglich, sondern es stammt daher, dass sie Dienstmann eines bestimmten Adeligen waren. Auch das ist ein sogenannter Übername. Und aus diesen Quellen haben wir eben die Herkunft der Namen. Und spätestens im 14. und 15. Jahrhundert sind solche Nachnamen allgemein verbreitet und sogar gefordert. Da sind wir in einer Situation, dass wir eine genauere Identifizierung der Menschen brauchen. Lustigerweise kommt dann zum Teil an den Namen nochmal eine Herkunftsbezeichnung. Also dann kann tatsächlich der Johann Schneider von Mainz auftauchen. Dieses Von ist auf gar keinen Fall ein Adelstitel. Außer er ist zufällig tatsächlich ein Adeliger, aber dann würde der Familiennamen wegfallen. Sondern es ist ein Weiterherkunftsbezeichner. Besonderheiten bei den Namen gibt es mit den Patronomika. Also das haben wir beispielsweise in Skandinavien, dass jemand den Namen seines Vaters mit einem Son angehängt trägt. In Island ist das heute noch üblich. In Skandinavien sind es mittlerweile auch Familiennamen geworden. Dann wäre ich zum Beispiel André Aminson. Mein Vater hieß Armin und dementsprechend würde ich diesen Namen tragen. Bei einer Frau wäre es eben Dottir. Das ist im Skandinavischen die wahrscheinlich verbreiteste Namensform. Und in Norddeutschland haben wir das als Sinn, also Pettersson zum Beispiel, auch noch erhalten. Spielt allerdings bei uns in der Region Frankfurt, ich würde mal sagen, tatsächlich bis zur Sprachgrenze, das Blattdeutschen keine sehr große Rolle. Wo wir es ebenfalls haben, ist die jüdische Bevölkerung. Da haben wir Ben und Barth, also Sohn des. Das hört allerdings auf, da die jüdische Bevölkerung auch das christliche Namensmuster übernimmt, auch als Teil der Assimilation. Allerdings gibt es da auch tatsächliche Rechtsschulen oder Vorstellungen innerhalb der mittelalterlichen jüdischen Gemeinden, dass solche Namen nicht verbindlich waren und ein jüdischer Name vorausgesetzt wurde. Also teilweise tauchen die dann in unterschiedlichen Quellen unterschiedlich auf. Aber allgemein hat man eben diesen Hang zur Assimilation und zur Übernahme üblicher, in Anführungszeichen, Nachnamen. Dann haben wir sogenannte Femininmovierungen. Das heißt, Frauen tragen ein Inn am Ende des Namens. Also ein sehr berühmtes Beispiel, die Mutter von Luther, Margarete Luther, wurde von Lukas Kranach gemalt und bezeichnet das Bild als Margareta Lutherin. Oder Agnes Bernauerin findet man zum Beispiel auch. Das sind Anhängsel, die zwar tatsächlich nicht wirklich Bestandteil des Namens sind, aber so oft auftauchen, dass sie teilweise als Regel vorausgesetzt werden können, aber nicht exklusiv. Und als Letztes haben wir die Humanistennamen. Das sind Lateinisierungen. Da haben wir zum Beispiel den Namen Schwarzerd, der zum Beispiel in Bretten taucht herauf. Der wurde dann von einem Mitglied zu Melanchthon verändert. Das heißt dasselbe, immer noch Schwarzerd und ist eben ein Zeitgenossen und Weggefährte Luthers. Oder aus einem einfachen Namen wie Tucher wird dann Textor. Das ist eine wichtige Patrizierfamilie in Frankfurt in der Neuzert, die ihren Namen eben auch lateinisiert hat, um ihn besser klingen zu lassen. Und solche Humanistennamen finden wir im 15. und im 16. Jahrhundert sehr, sehr häufig. Teilweise werden sie auch nur mit einem Ius oder ein Us hintendran gehängt, um sie zu lateinisieren. Das ist dann sehr simpel, aber auch das finden wir durchaus. Wenn ich jetzt so einen Namen verwenden will, wenn ich jetzt zum Beispiel für das Lab einen Namen mir ausdenke, dann mache ich es üblicherweise so, dass ich einen relativ komplexen Vornamen nehme, also so etwas wie Hieronymus oder so etwas, also ein Klingenname und den mit einem sehr banalen Nachnamen versehe. Also Hieronymus Kannengießer wäre zum Beispiel eine Version, weil es einen schönen Bruch in sich hat. Und die Leute sich das tatsächlich merken können. Wenn ich zwei komplexe Namen aneinander hänge, dann wirkt es zu komplex. Das merkt sich kaum jemand. Nehme ich zwei sehr banale Namen zusammen, dann klingt das irgendwie furchtbar nah. Also ein Peter Kannengießer bleibt nicht so gut im Gedächtnis wie ein Hieronymus Kannengießer. An Namen generell zu kommen, es gibt zum Beispiel bei Wikipedia Namenslisten, aber ich habe mir gerade ein sehr schönes Buch gekauft, die Familiennamen der Reichstadt Frankfurt am Main im 15. Jahrhundert. Das sind sämtliche Namen, die in den Bürgerbüchern irgendwie auftauchen. Ist nach Nachnamen geordnet, aber dann kommen die Beispiele für Vornamen. Und solche Bücher tatsächlich findet man gar nicht so selten. Da gibt es ein paar ganz spannende. Aber das Buch hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Da ist eine Unmenge an Namen drin. Und es ist doch lustig, welche Vornamen da so üblich sind. Also gerade in Frankfurt haben wir zwei Superstars. Das eine ist nicht ganz häufig. Das ist Konz oder Konze. Aber der Superstar, der Vornamen, ist Henne. Das ist eine Abkürzung von Heinrich. Also wir würden das heute als Heinz abkürzen. Das ist auch ein ganz verbreiteter Name. Aber im Mittelalter wahnsinnig viel Henne, die dann sogar in die Nachnamen kommen. Also da gibt es sowas wie Schimpfhenne, Schwarzhenne und sonst was. Das war halt irgendwann mal ein Schwarzhans, ein Schwarzjohan, der zum Namensgeber wurde. Also unfassbar oft, bestimmt ein Viertel der Bevölkerung heißt Henne. Ja, aus solchen Quellen kann man eben sehr, sehr schön sich Namen heraussuchen, wenn man sie braucht. Und ich hoffe, dieser kurze Überblick hilft euch ein bisschen beim Verständnis vom Namen. Auch gerade was Adler angeht. Vor allem ganz wichtig. Und schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Video, von diesem ganzen Format haltet, was ihr über Namen noch wissen wollt. Wir diskutieren da gerne weiter. Ja, ansonsten sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder zu einem Geschichtsfenster-Kompakt und natürlich nächste Woche zu einem normalen Geschichtsfenster-Video. Wie immer, alles Weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch den Link auf dieses Buch und vielleicht noch zu auf andere Quellen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Bis dahin, bleibt gesund. Bis dahin, bleibt gesund. Bis dahin, bleibt gesund.